Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auf meinem Kanal seid. Ich bin Seppi und das ist mein Kanal Kik. Auf meinem Kanal findet ihr leckere Koch- und Backvideos. Alles aus meiner Küche hier hinten. Also ich bin jetzt gerade in meiner Wohnung. Alles, was ich mache, passiert da in der Küche. Ich bin keine gelernte Konditorin oder Köchin, leider. Vielleicht in meinem nächsten Leben. Alles, was ich euch hier vorstelle, mache ich aus Freude, Leidenschaft, habe Sachen mir selber beigebracht oder von Mama gelernt. Und ja, ich bin Amerikanerin mit persischen Wurzeln. Und viele Rezepte, die ich euch hier vorstelle, sind Rezepte, die ich aus meiner Zeit in den USA kenne. Vor allen Dingen viele asiatische und mexikanisch inspirierte Gerichte, die ich absolut liebe. Persische Gerichte werde ich auch langsam mit reinbringen. Die sind zum Großteil ein bisschen kompliziert und das traue ich mich selber noch nicht zu. Aber ja, schön, dass ihr vorbeigeschaut habt. Und falls ihr Rezepte von mir nachmacht, bitte schickt mir Bilder von dem Resultat. Lasst mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Und ja, schreibt mir. Schön, dass ihr hier wart. Kohsteid hat uns, wie es euch auch zu保fieren. Cause ich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020